Für den 25. Geburtstag ihrer Tochter Aurora haben sich Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti für ein Familienfoto vereint, das bekommen Fans nur selten zu sehen. Anlässlich des 25. Geburtstages ihrer Tochter Aurora am 5. Dezember haben sich Michelle Hunziker, 44, und Eros Ramazzotti, 58, für ein gemeinsames Familienfoto wieder vereint. Den besonderen Schnappschuss hat die 25-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Account gepostet. Liebe 25, schreibt Aurora Hunziker Ramazzotti und versieht ihren Beitrag mit zahlreichen Herz-Emojis. Auf dem Foto nehmen Mutter und Vater ihre Tochter in den Arm und drücken ihr jeweils links und rechts einen Kuss auf die Wange. Das Geburtstagskind strahlt dabei bis über beide Ohren. Hunziker und Ramazzotti sind bereits seit fast 20 Jahren getrennt, das ehemalige Traumpaar. Die beiden waren von 1998 bis 2009 verheiratet, lebten aber ab 2002 getrennt. 2014 gab die Fernsehmoderatorin ihrem Thomaso, 38, das Jahrwort. Mit ihm bekamen sie 2013 und 2015 zwei weitere Töchter. Ramazzotti heiratete 2014 die Schauspielerin Marika Pellegrinelli, 33. Die beiden bekamen ebenfalls zwei Kinder. Ihre Ehe ging 2019 jedoch in die Brüche. Garycene Mera Bietpreis Plane Vier an